so willkommen zurück meine lieben freunde wir sind hier wieder bei hexit diesmal habe ich ein let's play together weil ich mir gedacht habe dass das ziemlich cool sein wird zu zweit vor allem gegen schwere monster und hier seht ihr mal die geile konstruktion eines minenschachts schaut doch episch aus oder ich finde das episch es hat voll so den den flair und so raufschau doch genial also ich finde schon gut aber genug gequasselt und gebuzzelt ich würde mal sagen dass wir uns jetzt ein bisschen hier was zusammenbauen und zwar da drüben ist mich ein cooles schiff das werden wir später noch belagern das ist ein riesiges schiff musical ist das tnt das könnten wir sprechen hahaha das könnten wir tun hä? wieso habe ich? ach egal so irgendwie fehlt da gerade was not working mir fehlt gerade irgendwie die aber das könnte jetzt eh nicht ändern nein machen wir es halt ohne die so auf jeden fall würde ich jetzt mal sagen schauen wir mal da oben wie es da ausschaut mit dem was ich gemacht habe anscheinend ist alles fertig und es ist dunkel das gefällt mir auch überhaupt nicht aber das können wir jetzt eh nicht ändern aber ich würde jetzt gerne überlegen ich werde jetzt mal das da alles reingeben so tschak wollen wir uns da noch ein paar so 1,2,3,4,4,6,8,9, dann machen wir das so jihihi so perfekt dann machen wir das da alles rein tschak 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 wir wollen ja nichts verlieren wo die axt nehmen wir mit weil das ist ja holz damit sie es schneller abbauen wow habt ihr das gesehen ne sternschnuppe geil warte hell ist das geil star piece was auch immer das kann star stone star dust cool lass mal hier lass mal hier oder das nochmal jetzt auch mal da hingeben ist ja krass alter ist ja geil ich habe gerade ein das hat sich so ohrgell gehört als würde oben gerade ein flieger vorbeifliegen und eine bombe abwerfen so hat sich das angehört ne ne dann haben wir das nochmal rein dann gehen wir uns da mal ein schiffchen bauen wir haben nochmal ein schiffchen ich habe da alle fünf von denen ich habe da alle fünf von denen wir müssen das dann so machen wir müssen das dann so machen okay okay das ist war in der boat und wir schwimmen da rüber und jetzt schwimmen wir da rüber na komm na geht so los los wir schwimmen da rüber wir müssen da hin ich weiß es das ist echt TNT ist ja krass das heißt das könnten wir voll weg springen aber egal bleib mit aber warte mal mich interessiert was hier ist was ist das schon wieder ein Tempel ist ja geil so wir gehen jetzt da mal rein so wir gehen jetzt da mal rein geh weg von mir du dumme Spinne wo ist das denn wo ist das denn komm mal her nun tot bist da geil schnell wieder rauf schnell wieder rauf schnell wieder rauf nein 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 geschafft so wo ist mein Boot lass bloß es weg geht mein Boot weg hier weg wслиn Lady weg 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 tschak, 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 tschak so Geh weg so, was leuchten wir aus tschak, tschak, kabumm so, ich werde auch ultraviele spielen und der hat zwei Kärchen oh, der hat gerade einen Lag ja oh, die weg die weg habe ich gesagt so, die Schalk wieder ausleuchten sehr schön, was haben wir, oh, Pfeile die weg ich glaube, das liegt gar nicht zu viel oh, das hätte sich so aggern so, tun wir mal wo macht das Fischern ist das krass so, schnell alles hochflittern so, schnell alles hochflittern was zu spät ist ok weg da guck mal so, das ist so Licht, brauchen wir umgedient so, schnell, schnell, schnell tschak tschak wow 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 hey hey du dumme Spinne also gibt es ja nicht so, haben wir das geschafft perfekt dann nehmen wir das oh, was haben wir da na, schau, das wird automatisch schon zu mir oh weg Miren, ich habe einen Schrengen. Oh. Jo! Tja weg. Furcht-nach-nach-nach. Ouh. Ouh, oh-oh, oh, ah, 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 ah! AHH! Geht's weg! Geht's weg! Geht's weg! Alter, ist das krass! Geh, geh, komm weiter! Geh weg! Was ist denn das? Geht's weg! So, das haben wir alles zu! Na komm! Ich wäre schon wie ein Zombie! Geht's weg! Geht's weg! Geht's weg! Geht's weg! Was? Was? Mein Team ist kaputt! Ja komm! Wie ist das? Warte, wie viel Zombie ist das schon, Alter? Wie ist das auch nochmal? Geht's weg! Boah, das gibt's nicht, Alter! Was müssen wir jetzt? Geh weg da! Geht's weg! Geht's weg! Geht's weg! Geht's weg! Geht's weg! Ich hab Angst! Bis zum nächsten Mal leider bist du gerade bei diesem epischen Turm! Bis zum nächsten Mal, meine Leute! Jetzt war euer Goito! Tschüss! Tschüss!